Jo Leute, willkommen zurück, Brandy hier und wir befinden uns in der wunderschönen Welt von Final Fantasy 9 und wir befinden uns mit Level 9 in ganz guter Gesellschaft. Wir werden uns diese Folgen dem Bereich, also nicht mehr des Levelns widmen, sondern wir widmen uns in diesem Fall der Story. Das bedeutet, wir werden in diesen Folgen weiterspielen. Seht ihr, ich hab's euch gesagt. Ich werde euch nicht mehr quälen mit dem Spaß. Was eigentlich ziemlich schade, da eigentlich nicht mehr viel fehlt. Kann man ja nicht sagen, ist echt nicht mehr viel. Es wäre vielleicht noch die Folge, wo wir ein bisschen was machen und dann in der nächsten Folge werden wir alle Level 10. Aber wir gehen einfach mal da lang. Und, oh, gibt's hier auch Monster? Ja, ich weiß, das ist blöder, es ist nur Interesse halber, einfach so für mich. Äh, ähm, ähm, ja, also ich bin jetzt gespannt, weil sonst hätten wir, wenn hier mehr Monster sind und, ne, es ist eigentlich dieselbe Anzahl und scheiß Viechern. Also hat sich eigentlich nichts getan, was für uns jetzt irgendwie von Vorteil wäre, denke ich mal. Von daher ist das schon ganz in Ordnung, so wie wir das gemacht haben bis jetzt. Ähm, greif einfach an, sieh dann, zack, und 108 und das Teil ist tot. Das müssten einfach 13 EPs sein, so wie beim letzten Mal. Oder dieses Ding war einfach stärker. Und gibt uns nicht mehr EPs, natürlich nicht. Ähm, hätte mich jetzt auch gewundert. Ähm, ja. Gehen wir einfach mal weiter. Schauen wir mal, wo die Garnett... Geht's hier nicht? Psch, eine kleine Sequenz. Aber das ist mir egal. Was sehen wir denn hier? Oh, der Tyrann hat uns im Blick. Der Tyrann hat uns im Blick. Seh mal hier. Der sieht, wer wir sind und was wir machen. Gibt's hier Monster? Ja, hier haben wir Monster. Hm, mal schauen, was die Monster uns hier so sagen oder beziehungsweise uns antun. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, ähm... Das ist immer noch zu selten. Ich wollte es gerade sagen. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es auch was anderes. Hätte ich mir aber auch sparen können, denn es ist niemals im Leben was. Also... Schade eigentlich, wirklich. Also ich hab mir echt gedacht, vielleicht wenn wir jemals weitergehen, dann fällt's leveln ein bisschen leichter. Aber so... Oh mein Gott. Langweilig. Ähm... Ja, wir gehen weiter. Ähm, wir sind jetzt auf dem Weg zum Wald-Tyrannen. Und natürlich kommen jetzt die ganzen Kämpfe. Jetzt denken sich alle... Viele bestimmt, oh, das macht der Wichser doch absichtlich und der will doch bestimmt nur leveln und... Ja, genau. Das mach ich absichtlich und ich will nur leveln und ich möchte auch nur gegen die Dinger kämpfen. Und dann auch noch einen Hinterhalt haben. Man, Pollenstaub auch noch. Fucking shit. Sorry, aber... Das ist richtig beschissen. Und dann ist der Zidane auch noch in Trance. Äh, beschissener geht's eigentlich gar nicht mehr. Also... Ja, Maja, lassen wir ihn jetzt mal angreifen. Hat sein Pollenstaub... Achso, ne, der Pollenstaub hat er uns nicht erwischt. Zack. Zidane macht nur, ähm... Oh, das ist natürlich, äh, nicht, äh, hier sind das Ganze. Dass Zidane nur 76 Schaden macht. Müssen wir jetzt auch noch alle heilen nochmal schön, bevor wir hier gegen den Wald-Tyrannen kämpfen. Das, äh... Energiestoß. Machen wir mal Energieschoß. Ich möchte mal sehen, sofern das Teil das überlebt. Natürlich überlebt das das Teil nicht. Was denn auch sonst? Warum sollten wir denn auch eine Trance verschwenden dürfen? Beziehungsweise warum dürfen wir eine Trance mal vorn ausnutzen? Verschwenden tun wir sie ja eigentlich schon. Naja. Whatever, never. Ah, wir werden jetzt einfach mal... Augentropfen... Potionen. Einfach mal... Einfach... Ich will sie einfach voll haben, die Leute. Wisst ihr... Ihr wisst Bescheid einfach. Ja, ihr habt einfach an, Leute. Ne, und, ähm... Ja. Oh. Geht's dir gut, Prinzessin? Das hier ist wohl der Boss. Boss mit scharfen ist. Prinzessin! Prinzessin! Du hältst dich da gefälligst raus. Wie stehe ich denn da, wenn die Prinzessin Alexandrias von einem Räuber gerettet wird? Glaubst du? Du packst den alleine. Auf geht's, Vivi! Let's go, bitches! Ähm... Tja, ähm... Dieser Kampf ist etwas anders. Der besitzt einige Dinge, die uns helfen könnten. Laut meiner Liste hier. Und diese werden wir uns jetzt erstmal versuchen zu... Äh... holen. Ich fahre eine Taktik. Und zwar... Zidane klaut. Steiner macht nichts. Vivi sammelt sich. Steiner macht Augentropfen. Auf... Zidane. Ah, haben wir gleich Augentropfen geklaut. Bringt uns viel. Vivi sammelt sich natürlich wieder. Das wird so die ganze Zeit laufen. Wenn sich Vivi sammelt, dann werden seine Angriffe ultra hart. Also das ist schon... Nicht ohne, was da passiert bei Vivi dann. Oh yeah, bitches. Please. Oh, Blitz hat er hier. Schöne 150. In seine Fresse. Eisenhelm und Augentropfen auf einmal geklaut. Dann können wir den eigentlich fast schon fertig machen. Aber... Wir werden Vivi jetzt natürlich noch ein bisschen was geben. Ähm... Also ich sag's euch mal so. Der Kampf wollte so ablaufen. Äh... Solange sie dann nicht gelb geworden ist von seinem Leben her... Ist es sowieso vollkommen scheißegal, wie viel wir dem abziehen. Das wird eh nicht gewertet. Äh... Von daher... Werden wir das Ganze so machen, dass wir alles heilen und clean machen. Bis dass der Tod uns scheidet. Ne, natürlich nicht. Aber jetzt müsste dann irgendwann mal wieder so eine Blitzattacke kommen. Ich heile sie dann. Und dann wird etwas passieren... Was... Man vielleicht erwarten hätte können. Ah, Blitz auf alle. Och komm, das passiert nicht ernst. Ja, wobei, die Trance. Mein Gott. Passiert das halt mit der Trance. Habe ich jetzt kein Problem mit. Sammelt sich bitte Vivi. Sie dann macht mir bitte eine Potion auf meinen kleinen Magier. Der hat mir schon wieder zu viel Leben verloren, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir zu unsicher. Deswegen eine kleine Potion auf unseren Mage. Nützt... Semifiel, kann man eigentlich sagen. Semifiel. Blitz. Machst du mal bitte mal den Zidane auf Gelb oder so. Jetzt ist der falsche Gegner, du Mongole, ey. Vivi sammelt sich. Ah, Clown. Du wirst bitte auf Steine agieren. Vivi hat ganz schön viel gesammelt bis jetzt. Und... Wir können es ja einfach so machen, dass... Die reinsten Waschlappen... Platz da, ich räume hier auf. Oh ja, da kommt noch eine... Und ab jetzt, meine kleinen Freunde... Greifen wir voll... An. Also ohne... Rücksicht auf Verluste. Zack, zack. Zack, das müsste jetzt beendet sein, der Kampf. Steine auch in seinem Trance-Zustand. Nützt erstmal dezente 400. Oh. Haben wir den Kampf gleich beendet, oder wie? Ja, so kann das natürlich auch laufen. Also, ihr wisst Bescheid, Leute. Ähm... Ähm... Ich dachte allerdings, aber der hat mehr KP, aber irgendwie nicht ganz so. Von daher... Hab ich jetzt auch nichts gegen, muss ich sagen. Kein Stress. Ach, Prinzessin. So kommt doch zu Sinnen. Sieh dann. Gib ihr das... Kipp ihr das Gegengift rein. Tja. Hust, 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 hust. Äh, äh, äh. Bald fühlt ihr euch wieder besser. Mit ein bisschen Bettruhe ist sie bald wieder auf den Beinen, oder? Was denn? Das war's noch nicht? Oh, verflixt! Die kreisen uns ein! Diesmal liegt uns... Liegt uns heil... Was? Diesmal liegt uns heil in der Flucht. Unser Heil in der Flucht. Flieht, ihr Narren! Was zögerst du so? Run, Baby, run! Äh... 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 Wir werden aber ein paar kämpfen. So wie sich das gehört für Männer. Komm her, bitches. Come here to me. I wanna practice with you. I wanna fuck you. Nee, Quatsch. Ähm... Ich will einfach mal sehen, was die so bringen, damit wir die auch mal gesehen haben. Und... Wir werden die wahrscheinlich eh nie wiedersehen. Diese... Oh, vier Stück auf einmal. Das ist natürlich was ganz Feines für uns. Vier Leute für vier Stück. Das ist natürlich was ganz Feines. Und vor allem, wenn Vivi jetzt auch noch seinen... Flächenzauber macht. Schwarz Magie auf everybody. Das ist natürlich ungesund, wenn der jetzt hier schön sein... Ja, aber solange es auch blank ist, ist es mir... Shit Wayne. Muss ich ehrlich sagen. Ähm... Die nutzen auch nicht so viel. Und deswegen ist das alles kein Stress. 162 tot. Okay. Vivi macht seinen Angriff. Das müsste auch ungefähr 80 auf jeden nutzen. Vielleicht auch 40. Keine Ahnung. 80 auf jeden ungefähr. Und das hat auch gereicht. So muss das. Und wie viele P gibt es? 22 nur. Für vier Stück. Das ist natürlich... Ähm... Das ist natürlich erbärmlich. Muss man schon sagen. Aber wir werden die alle erledigen. Ich hab irgendwie Bock drauf. Ich mein... Wir haben ja die Potions dafür. Ja, mach mal's einfach. Wir haben ja das Geld. Und die Potions dafür. Und ich mein, Level... 10 brauchen wir auch noch. Für die... Für draußen. Von daher mach mal das einfach mal. Komm. Mach mal den Part auch länger heute dafür, Leute. Das tue ich... Also es tue ich nur euch zum Liebe. Nur euch zuliebe. Das ist... Ich bin so nett. Das ist... Wahnsinn. Das ist schon extrem... Hart. Was ich hier mache. Ganz... Ein... Lieber bin ich. Wibis Magie werden wir mal nicht beanspruchen. Da seine Mana-Punkte kostbar sind. Denn wenn die mal weg sind, dann ist es vorbei. Fürs Erste, denke ich mal. Ich hab aber auch keine Lust, irgendwie... Ein Äther oder so zu benutzen. Und seine Mana... Oder? Halt Magie-Punkte. Genau. Magie auch nicht benutzen. Ehrlich gesagt. Davon haben wir nicht so viele. Und das muss natürlich auch nicht sein. Bei sowas jetzt auch ein... Äther zu benutzen. 16 EPs. Das ist natürlich ganz... Ähm... Äh... Schlapp. Schlapp. Schlappe Scheiße. Da kommt schon der nächste von hinten. Da hab ich kein Problem mit. Wir werden hier ein bisschen trainen. Da sind wir eiskalt. Ich glaub, jetzt kommen irgendwie so vier wieder. Hoffentlich. Damit es auch schön 22 EPs gibt. Und das auch schön Level. Nee, natürlich nicht. Was dann auch sonst? Wenn ich mehr brauche, dann kommen immer weniger. Hm. So läuft das Leben. So und nicht anders. Meine Friends. Meine Friends. Steiner kriegt halt auf die Fresse. Was ist das? Glaub ich dem Shit Wayne. Der hat so ne fette Rüstung. Der müsste den Blitz eigentlich kaum spüren. Eigentlich müsste der den am allermeisten spüren. Weil der Blitz leitet ja. Also Strom und so. Ihr wisst ja Bescheid. Ähm. Acht. Ja. Also anscheinend ist Vivi derjenige, der am wenigsten von uns spürt. Ähm. Der heißt ja auch Wayne. Das ist ja wurscht. Wayne. Jetzt werden bestimmt viele schreiben, so wie meinem alten Naruto Let's Play. Aber das ist doch Zucker. Das ist dein Lieblingswort. Oder wieso sagst du das denn so oft? Ähm. Ich hab so meine Lieblingswörter und die sag ich halt nun mal. Und wer da ein Problem damit hat, der hat halt verloren. Ähm. Ja. Was hab ich denn eigentlich so für Themen und Storys auf Lager? Jetzt da wieder die Story so ein bisschen unterbrochen. Es sind nur 12 EPs oder so zu zweit. Und das ist schon ganz minderwertige Scheiße hier, was da abläuft. Ähm. Ne. Themen. Schulstories hab ich mir hier aufgeschrieben. Aber so viel hab ich eigentlich gar nicht zu erzählen von meiner Schule. Bis auf das, ähm, wir haben heute in der Klasse darüber gequatscht, wie das so ist, wenn Astronauten aufs Klo gehen. Und dann hat uns unser Mathelehrer gesagt, das funktioniert so, ähm, die haben eine riesige Kloschüssel, also so eine riesige, ein riesiges Klo ist das anscheinend, muss das sein. Und dieses Klo ist ein riesiger Staubsauger. Das heißt, damit, ähm, also ihr könnt euch ja vorstellen, ist ja alles schwerelos und, äh, wenn irgendwie ein bisschen Wasser oder so mal hier an die Ecken geht's oder, ähm, keine Ahnung, äh, ein bisschen Scheiße oder so, äh, ihr, also, ich glaub, ihr versteht schon, ähm, an die Elektronik fallen oder, ja, dann ist vorbei, ne, dann gibt's so viele Kurzschlüsse, dann ist das Leben für die auf der, in der Raumstation beendet. Und, ähm, ja, deswegen hat man quasi diesen, äh, dieses riesige Staubsauger-Toiletten-Dingens oder was es auch ist. Und da müssen die halt ihr Geschäft erledigen. Und ich fand das halt ganz amüsant heute, wo wir darüber gequatscht haben. Und, ja, äh, jetzt können langsam mal wieder vier kommen, weil mir das sehr langweilig wird. Ähm, war auch ganz lustig, wenn dann halt, und dann hat halt einer hinter mir gemeint, Ja, aber dann kann man doch auch nicht kleckern, äh, und, äh, so in dem Ton halt. Und das ist halt so unfassbar lustig gewesen in dem Moment. Für euch vielleicht nicht. Klingt langweilig, ist aber lustig gewesen. Kann ich versichern. Ähm, ja, komm, Vivi, mach einfach mal Feuermagie. Ist mir jetzt zu langweilig, hier so lange zu warten. Du hast ja die Maler-Punkte. Und das sind eh, äh, knapp 300 EPs, die ihr sammeln müsst. Beziehungsweise sie dann sogar weniger fast schon. Oder? Ja, er muss weniger als 300 sammeln. Das heißt, wir sind bald Level 10. Also, das ziehen wir jetzt einfach durch. Auch wenn es hart ist und langweilig. Ist mir verständlich. Das tut mir auch leid. Aber wir werden das so schnell wie möglich. Ihr werdet sehen, dass es hilfreich ist. Vor allem für Zidane, dass er jetzt auf Level 10 kommt. Und das ist auch wichtig für ihn. Ähm, für sein Ego natürlich. Also ihr wisst ja Bescheid. Jeder Mann hat ein Ego. Und dieses Ego muss erfüllt werden. Und wenn, zack, mach mal auf alle drei. Dann ist der Kampf direkt beendet. Das hätte man eigentlich schon viel früher machen können. Zack! Und alles tot. So macht man das. Nicht anders. Eine gute Methode, um zu leveln, muss man sagen. Aber ich finde die Methode, äh, mit dem Brunnen da vorne noch deutlich besser. Aus dem einfachen Grund, da wir, ähm, nicht so viele Potions oder sonst was benutzen müssten. Gut, hier müssen wir sie ja auch noch nicht benutzen. Aber das kommt, denke ich, noch. So, wenn wir noch ein paar Kämpfe machen. Und wenn Vivi hier nicht den Erstangriff hat, beispielsweise, dann... Ja, seht ihr, das ist passiert. Dann sind halt Zidane und so, als Erstangreifer hier. Und, äh, ja, passiert das halt, ne? Schwarzmagie auf alles, bitte. Danke, Vivi. Vivi, bitte mach mal deine Schwarzmagie. Die Viecher sind so schwach. Echt, ey. Oh, nee. Und, ja, also, ich habe ja eine Klasse und die führen sich teilweise auf so lustig, echt. Heute hat einer einen Stuhl, also wir haben Basketball gespielt, also, was heißt Basketball gespielt. Die haben quasi versucht, den Mülleimer mit dem Papierkühlchen zu treffen oder mit dem Papierbällen, wie sie sie nennen, vom Sitzplatz aus, aus der dritten Reihe oder zweite Reihe. Und versuchen halt quasi, den Papierkorb zu treffen und betteln sich da rum. Und dann kommt halt einer von hinten und meint halt, ey, ihr seid so schlecht, schau mal her und nimmt einen Stuhl. Und wirft diesen Stuhl einfach nach vorne, in der Hoffnung, dass er den Papierkopf trifft. Hat er auch getroffen, muss man schon sagen. Aber den Stuhl hat es einfach gespalten am Sitz und das war dann halt, anfangs war es lustig, bis uns dann aufgefallen ist, scheiße, wir haben einen Stuhl gespalten. Und wir haben halt genau die passende Anzahl an Stühle in der Klasse und dann haben wir halt einen, den Stuhl untergeschoben quasi. Und, ja, äh, auch wieder lustiger, wenn man in der Klasse war, als wie man das hier jetzt hört von mir. Ähm, ja, was noch? Hör, 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 ihr kriegt mich nicht, ja, doch, ihr kriegt mich. Ähm, was, glaube ich, gab es noch so in der Schule? Gestern waren beispielsweise welche da, die meinten, ja, also, ihr müsst euch mehr anstrengen. Allein bei dem Gedanken wäre ich schon müde. Die meinten halt so, ja, müsst euch mehr anstrengen und endlich mal wieder vier. Und wenn Vivi jetzt sofort, oh, Vivi ist natürlich da in dem Moment der letzte Angreifer. Ich will's mal probieren, wenn ich alle vier mit Vivi treffe. Äh, Black Magic quasi auf alles. Äh, ne, also, die waren halt da und meinten halt, ja, ähm, ihr müsst euch mehr anstrengen, denn wir haben halt auch gedacht, äh, wenn wir im ersten Halbjahr nix machen, ach, Quatsch, sind jetzt alle am Leben, oder was? Ach, ne, Vivi war noch gar nicht dran, deswegen. Und, ähm, ja, ja, unsere Leistungen haben auch abgenommen und, ähm, ähm, ja, und wenn ihr nicht lernt, dann, dann werdet ihr durchfallen und solche Singer halt, die eigentlich keiner, äh, 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 ja, also, solche Dinge, ach, ich hab's grad voll verkackt, weil ich hatte ein Brain Lack, hörp, ähm, okay, Moment mal, also, wir hatten Leute da, vier Stück, die, ähm, 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 also, okay, wir waren vier Leute im BWR-Unterricht bei uns, die uns quasi Tipps geben sollten für die Zukunft, denn viele nach der 11, also, die nach der Probezeit quasi dann aufhören zu lernen, die, 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 die zerbröselt dann beim Fachabitur oder sonst wo. Und, ähm, diese Leute waren dann halt da, die dann auch wirklich diese Erfahrung gemacht haben und haben uns halt versucht, Tipps zu geben. Und, ähm, der eine meinte halt, ja, ihr müsst lernen, weil ich hab beispielsweise nur, ich war elf, zwölf Punkte überall im Halbjahr und dann ab dem Halbjahr hab ich nicht mehr gelernt und jetzt steht bei null Punkten. Und es ist halt so lustig anzuhören zu null Punkten und der Typ sieht einfach so verplant und verstrahlt aus und er ist schon irgendwo traurig, auch, dass er bei null Punkten steht, weil ich mein, das ist extrem viel Zeit, was man dafür opfert und, ähm, ja, das ist dann einfach aus Bequemlichkeit wird dann nichts mehr gelernt und dann, ja, steht man halt einfach auf dezenten null Punkten in der Folgeklasse und man, äh, man wird halt zerbröselt bei den Abschlussprüfungen. Und, ja, solche Dinge halt und dann war halt der Typ, der das halt gemeint hat, also gemeint, ja, wenn ihr keine Fragen mehr an uns habt, ich hab eine Frage an euch, ist hier wer Jugo und melden sich halt sechs Stück, ich mich ja natürlich auch, und, wer ist Kroate? Und dann hat sich keiner mehr gemeint, hat ihn blöd angeschaut, gemeint, verpiss dich doch endlich und so, entgeil und, äh, ja, entgeil. Peinlich, 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 wie ich das erzählt hab. Ähm, ja, wir werden das jetzt so machen, ich hab jetzt keinen Bock, wir kriegen alle drei zuerst und, äh, drei und bei vier Gegner. Toll gemacht, Brandy, toll gemacht, tatsächlich, ähm, naja. So, in letzter Zeit hab ich extrem, also jetzt mal ein kleiner Teebelwechsel. Äh, äh, in letzter Zeit hab ich extrem viele, ähm, ja, geile Videos gesehen, also, ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine kleine Zusammenfassung mach, ähm, was sind so lustige und gute Videos gewesen, die ich mir angeschaut hab in letzter Zeit. Also, Okko beispielsweise mit seinen StarCraft, finde ich, ist interessant gemacht, also, das macht er schon richtig gut, auch muss man sagen, ähm, lernt man auch viel und vor allem seine, seine Idee, die StarCraft 2 Schule aufzumachen, äh, Top-Sache, ich hoffe, die kommt auch bald und so, ähm, würde ich sofort mitmachen. Und ich bin ja ein begeisterter StarCraft 2 Spieler, leider nur in der Gold-Liga, aber mit Ambitionen auf mehr, natürlich, äh, Traumziel wäre natürlich Diamond League. Das wäre natürlich das absolute Nonplusultra für mich, finde ich, also, da gäbe es nichts Besseres auf der Welt, als wie einmal, ähm, Diamond League zu spielen. Also, das wäre natürlich das absolute Highlight in meinem Leben, würde ich sagen. Ähm, ja, was gibt's da noch für geile Leute, die geile Videos machen, ich rede jetzt nicht von, äh, hier, Grong, Sarraza, Commander Krieger, äh, Pizmitty und so, äh, die machen gute Videos, du hast keine Ahnung. Ähm, ja, die machen gute Videos, da habt ihr recht, meine Friends, aber, ihr müsst bedenken, es gibt so viele Leute, die auch Videos machen und die schaut man halt nicht an. Und ich finde, äh, ich finde das einfach toll, solche Leute anzuschauen, äh, beispielsweise einer aus meiner Community, die ich da jetzt hab, diese Game & Watch-Sache, ähm, Boneyard beispielsweise. Also, ich finde das einfach toll, so, wie er kommentiert, seine Art zu quatschen und ist einfach schön und, ähm, es macht halt auch Spaß, irgendwo bei dem zuzuschauen, er fällt da rum und, oh, und, ach so, und tut dann so, als ob alles normal wäre, oh, okay, also hab ich jetzt gefällt und, oh, und solche Sachen halt, macht mir Spaß zuzuschauen. Tolle Videos, Daumen hoch, Boneyard, hast dir mein Abo redlich verdient, muss man schon sagen, also, Top-Leistung, ich hoffe, du bringst auch noch kontinuierlich deine, ähm, dein Content, damit man den auch anschauen kann jeden Abend. Also, das gehört mittlerweile dazu, einfach jeden Abend ein Video, Boneyard, weil, weil es einfach der lebende Beweis ist, dass es noch verstrahltere, verstrahltere Leute beim Let's Playing gibt als mich. Und, das macht mich einfach glücklich. Einfach, einfach, weil du verstrahlter bist als ich, bist du geil. Äh, des Weiteren haben wir Moody, Let's Play, auch einer aus meiner Community und, die Besondere bei ihr hierbei ist, ähm, sie ist eine Frau. Sie ist aus meiner Stadt, also zumindest aus meiner Nähe. Und, äh, es geht gar nicht darum, dass sie eine Frau ist, sondern es geht einfach darum, dass sie einfach irgendwie, also, wenn ich jetzt zwischen Boneyard und Moody, äh, sagen, also entscheiden müsste, wer Verpeilter ist, geht das einfach nicht. Das sind, die sind beide auf einem ultrahohen Niveau, der Verpeiltheit, beispielsweise Boneyard in seinem, äh, Donald Duck-Dingster, äh, Quack Attack. Und, also, das ist halt schon was ganz anderes, das ist ein ganz anderes Niveau hier, äh, muss man schon sagen, der Verpeiltheit, aber Moody schafft's, im, äh, schafft's sogar in Resident Evil in einem linearen Spiel sich zu verlaufen. Also, gut, das schafft er auch bei Quack Attack, aber bei Resident Evil, also, ich mein, hallo, mein Hut, also, mein, mein Respekt. Auch, redlich verdientes Abo von mir, schau auch jeden Abend deine beiden Videos, großer Fan. Ähm, weiterführend, äh, jetzt klinge ich schon wie, jetzt hab ich irgendwie so schlechten Deutsch-Aufsatz schreiben würde, weiterführend, des Weiteren, hierbei, äh, Ähm, wen schau ich noch zur Zeit? Ähm, Kommentorius-Videos hab ich angeguckt, ein paar, find ich ganz interessant, so wie er denkt, wie er redet. Ähm, was er so für eine Einstellung zu YouTube hat, find ich echt interessant, muss ich sagen. Aber, ich bin mir nicht sicher, ob das bei jedem wirkt. Es ist ja natürlich so, dass wenn man, ähm, also, viele Let's Player haben ja jetzt die Schwierigkeit, dass wenn, ähm, ähm, also, viele wollen ja jetzt hochkommen und so, ich natürlich auch, das ist jetzt keine Frage, das ist jetzt nichts Neues. Natürlich will ich auch ein paar Abonnenten haben, ein paar Views, das ist jetzt, ich glaub, nichts Neues für euch. Aber, dieses, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, dieses, dieses Größerwerden, also, ich hab jetzt ein paar Abonnenten bekommen, bin jetzt bei 69 gewesen, jetzt bin ich wieder auf 67 runtergefallen. Kann natürlich sein, dass ich heute Nacht, heute Abend, wenn ich jetzt wieder reinschaue, wie auf 65 ab oder so, weil die Leute der Game & Watch mich deabonnieren, kann natürlich sein, ist mir jetzt, oh, ehrlich gesagt, scheißegal. Ich hab da so zwei, drei Leute, die sich meine Let's Plays anschauen, das find ich toll. Ähm, ja, aber das ist so, ich bin mir nicht sicher, ob seine Tipps da so wirklich helfen, ob der das wirklich, ob das wirklich reicht, als, ähm, Voraussetzung irgendwie, ähm, eine Community zu bekommen, indem man quasi seine Zeit des Aufnehmens in Kommentieren investiert, ist bestimmt eine nützliche Sache und wird auch bestimmt irgendwo helfen, sich den ein oder anderen Abonnenten zu krallen oder wenn man Feedback gibt für andere, dass man dann quasi so ein bisschen hier Support bekommt von anderen. Das ist natürlich alles eine Frage, der, ähm, das ist alles machbar, das ist natürlich alles keine Frage. Es ist, es besteht nur die einzige, also die einzige Frage, die ich mir quasi stelle, ist, ähm, sind das dann auch wirklich, ähm, fixe Abonnenten? Ähm, wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist bei mir oft so gewesen damals, wo ich mit YouTube angefangen hab, wenn mir einer quasi gesagt hat, du, ich hab dir ein Abo gegeben, gutes Let's Play, weiter so, bin ich direkt auf seinen Kanal gegangen, hab gemeint, ey, du machst auch gute Let's Play hier, äh, kriegst du ein Abo. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt so die richtige Lösung ist, um so, äh, seine Abonnentenzahl zu vergrößern, dann, 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 dann lieber keine Abonnenten als solche Abonnenten, denn, wenn ich jemandem Tipps gebe, ist das eigentlich dafür da, dass ich ihm Tipps gegeben hab, weil ich meine, er kann's natürlich besser machen, im gewissen Sinne, und, ähm, deswegen halt auch meine Tipps an ihn. Aber irgendwie, wenn ich dann Sub for Sub irgendwie sehe, und, ach, das ist doch alles lächerlich, das bringt einen doch absolut nichts. Ich mein, wird man davon größer? Ja, optisch, aber ich mein, die Views, die bleiben halt dann auch bei mir bei 4.400 oder 4.500 vielleicht bis dahin. Ändert sich ja auch nix daran, und das ist halt schade. Es geht ja mehr darum, dass die Leute die Videos sehen, dass die Leute Videos kommentieren, zahlen, dass sie mir Feedback geben, sagen, was ich besser machen kann, wo ich es besser machen kann, was ich unbedingt besser machen sollte. Solche Dinge, und die gibt's leider nicht, äh, bei einem Sub for Sub, weil das ist dann so, ich abonniere ihn, er abonniert mich, er ist mir scheißegal, ich bin ihm scheißegal, ähm, wir laufen quasi davon, von, von, von den Bewertungen, und vom eigentlichen größer werden, oder den Vorhaben größer zu werden, sagen wir's mal so. So, und das ist halt ziemlich, ziemlich, ziemlich schade, und deswegen halte ich jetzt eigentlich auch nicht so viel davon, wenn ich jetzt irgendwie auf den Kanal gehe und sage, ja, schöne Videos und so, ähm, halte ich nicht so viel davon. Muss ich ehrlich sagen, tut mir leid, Kommentore, und nicht persönlich nehmen, falls du das jemals sehen solltest. Ist nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Ja, nicht irgendwie, ich meine, ich will dich jetzt beleidigen oder so, überhaupt nicht so der Fall, ist nicht so gemeint. Es geht mir einfach darum, dass das meine Meinung ist dazu, dass ich denke, dass es einfach irgendwo dazugehört, klar, aber dass das jetzt nicht die Lösung, oder die absolute Lösung dieses Problems sein wird. Und niemals, also, zum Größerwerden auf YouTube gehört einerseits, dass, äh, die gute Persönlichkeit, sag ich's mal so, drück ich's mal milder aus, äh, unter anderem dann der Content halt, den man hochladet, und, äh, dritteres halt eben auch, ähm, die Art, wie man ist als Person, ob das jemandem reicht, als, ähm... Oh, fuck. Wir machen hier mal einen kleinen Cut, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschösen!